Weisst du was? Also es ist gross und es ist auch dick. Jetzt ist es so gross und so breit und es ist immer so in einen Couvert verpackt. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt und ja. Mein Bruder bekommt es zum Beispiel noch nicht. Und es gibt meistens einen Schokolade dazu. Wenn ich es aufmache, dann ist es lustig. Und man freut sich darüber. Manchmal ist man traurig wegen dem. Also ich mache meistens erst, wenn ich zu Hause bin, auf, weil ich auch immer etwas Angst vor dem habe. Lieber habe ich sechs, weil ja, das ist in der Schweiz besser. Aber in Deutschland ist es eins am besten und sechs am schlechtesten. Und es ist einfach besser, wenn du gescheiter bist als dummer. Weisst du was? Ja! 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 Ja!